Neben einer Kräftigung benötigen wir zwischendurch auch spezielle Dehnübungen. Und hier stellen wir Ihnen heute die Flankendehnung vor. Bitte stellen Sie ein Bein nach hinten und auf dieser Seite das Handgelenk fassen, über den Kopf den Arm bewegen, ziehen, möglichst weit nach oben ziehen, nochmal weiter atmen und jetzt die Dehnung in der Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und auch am Becken spüren. Und circa so 10 Sekunden halten, hineinspüren. Sie dürfen auch ein bisschen saften, ein bisschen in die Länge ziehen. Genau, sich wohlfühlen bei der Übung. Langsam wieder zurückkommen. Nun das andere Bein nach hinten setzen, auf dieser Seite das Handgelenk fassen und in die Länge ziehen. Genau, in die Länge ziehen, spüren, wie die Flanke gedehnt wird. Das ist gerade nach den Sitzphasen sehr, sehr wichtig, hier wieder die Muskulatur in die Länge ziehen.